Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Crypto Deutschland. In diesem Video werden wir uns BitTorrent anschauen. Und ich hatte ja vor ein paar Tagen schon ein Video zu BitTorrent gemacht. Und in diesem Video gibt es jetzt ein kleines Update dazu, wie es aktuell aussieht und was wir aktuell traden können. In diesem Video werde ich euch nämlich ganz genau zeigen, wann ich das nächste Mal einsteigen werde, wo ich Profite nehme, wo ich meinen Stop-Loss setze und alle wichtigen Informationen. Und sorry, dass gestern kein Video kam. Ich habe hier gestern das Aufnahmestudio eingerichtet, habt ihr auch in der Telegram-Gruppe gesehen. Das könnt ihr euch auch nochmal gerne angucken. Da habe ich mir jetzt ein bisschen was für Setup nochmal neu gekauft mit Greenscreen und so weiter. Deshalb bin ich jetzt hier auch unten rechts in der Ecke ohne diesen hässlichen Hintergrund, wie der vorher war. Und jetzt starten wir auch mal direkt mit dem Video. Und wer von mir in einem 1 zu 1 Coaching lernen möchte, wie man Kurse professionell analysiert, um optimale Trading-Profite zu erzielen, kann sich gerne für mein Trading-Coaching bewerben. Link dazu in der Videobeschreibung ist der zweite Link. Klickt einfach drauf und bewerbt euch für das Coaching. Wer meine Trades 1 zu 1 kopieren möchte, also wenn ihr genau wissen wollt, wann ich in den Trade reingehe, wann ich rausgehe und so weiter, dann abonniert gerne meinen Patreon, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und jetzt starten wir mal direkt mit der Analyse von BitTorrent. Und zwar hatte BitTorrent hier über die Tage, natürlich vorher hier diesen krassen Run-Up nach oben hin, hat dann hier dieses, ja jetzt mittlerweile Falling Wedge geformt. Vorher war es eigentlich ein Triangle Pattern, jetzt hat sich dabei was anderes draus geformt. Und zwar sah das Pattern vorher ungefähr so aus, was wir da hatten. Aktuell hat sich das Pattern verändert, da wir einmal hier runter gewickt sind. Und in diesem Video werde ich euch natürlich auch die Frage beantworten, ob wir jetzt aktuell bullig oder eher bearish sind. Und in meinen Augen sind wir aktuell sehr, sehr bullig. Und zwar das liegt daran, dass wir hier an der Stelle die EMA getestet haben. Und was nach einem Retest der EMA passiert, werde ich euch auch gleich zeigen. Und zwar sind wir zwar hier um ca. 48% hier nach unten gefallen bis zu dem tiefsten Punkt. Werde ich euch jetzt auch nochmal prozentual zeigen. Ich meine, das waren ungefähr 48%, ja genau 48,5%. Sind wir nach unten gefallen. Natürlich, klar ist das krass, eine krasse Korrektur, die wir hier gesehen haben. Aber es ist nicht allzu schlimm. Es ist sogar recht gesund, dass wir jetzt hier korrigieren, weil wir hier auch ein bulliges Pattern formen. Und man darf natürlich nicht immer denken, ja der Kurs steigt die ganze Zeit weiter. Habe ich nämlich auch viele Nachrichten bekommen, ja was ist ein BitTorrent los und so weiter. Man kann einfach nicht erwarten, dass der Kurs so weiter steigt, wie er gerade gestiegen ist. Dass wir da mal ein bisschen korrigieren, ist eigentlich nichts und ist sogar gesund. Und wenn wir uns das jetzt hier mal im großen Timeframe anschauen, wie BitTorrent hier so aussieht in den letzten Wochen, da sehen wir auch, dass nach diesem Run-Up diese Korrektur nach oben hin einfach ganz normal ist. Wir sehen, wir sind hier schon dieses Jahr generell extrem krass gestiegen und sind dann auch öfter mal hier so in eine Seitwärtsphase reingegangen und haben dann den Run-Up fortgesetzt. Jetzt gehen wir hier wieder in so eine kleine Abwärts- bzw. Seitwärtsphase rein und brechen hier auch gerade an der Stelle nach oben hin aus. Ich werde euch jetzt ganz genau gleich zeigen, wo ich reingehen werde. Erstmal nochmal zu der 20er IMA. Die 20er IMA ist ja der exponentielle 20-Tage-Steigungsdurchschnitt. Solange wir uns über der 20er IMA befinden, steigen wir exponentiell schnell. Und der letzte Retest der IMA war hier am 13. März. Und seitdem sind wir circa, ich werde ganz genau nachgucken, ich glaube um die 1000% nach oben gestiegen. Ja, 950% sind wir da nach oben gegangen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr bullisch gewesen. Jetzt haben wir wieder den Retest der IMA. Und ich rechne natürlich jetzt auch damit, dass wir die IMA weiterhin halten. Und ich halte aktuell auch noch das Ganze betrottend in meinem Portfolio. Ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass es auch realistisch ist, dass wir die 20er IMA hier testen. Da blende ich euch jetzt an der Stelle nochmal den Ausschnitt aus dem letzten Video ein, was ich da konkret gesagt habe. Und wir befinden uns auch weiterhin über der IMA. Was natürlich auch realistisch ist, dass wir hier Fake-outen, die IMA testen und dann nach oben hin ausbrechen, unser Preisziel erreichen, korrigieren und dann vielleicht sogar nochmal höher steigen. Halte ich aktuell für ein realistisches Szenario, vor allem mit dem Retest der IMA. Und wir haben ja gesehen, dass wir hier dann dieses Triangle-Pattern hatten, was ungefähr so aussah und ich gesagt habe, ist wahrscheinlich auch, dass wir hier vielleicht sogar die 20er IMA retesten. Genau das haben wir auch gemacht. Und nach dem Retest sind wir hier nach oben durch die Widerstandslinie durchgebrochen. Und jetzt rechne ich natürlich damit, dass wir jetzt erstmal wieder steigende Kurse sehen. Wann ich mein BitTorrent-Portfolio verkaufen würde, wäre auf jeden Fall, falls wir jetzt hier in ein Lower Low reingehen, das heißt, wenn wir unter den Kurs von 0,0068 Cent kommen, also unter das Low, was wir jetzt hier geformt haben, dann werde ich meinen BitTorrent-Bestand auf jeden Fall zu einem großen Teil verkaufen, weil ich dann mit stark fallenden Kursen rechnen werde. Aktuell sieht es aber danach aus, als würden wir hier erstmal weiter steigen und weiter nach oben gehen. Wir müssen jetzt hier nur an einer Stelle aufpassen, und zwar ist das das All-Time-High, beziehungsweise die Resistance hier oben, wo wir dann auf jeden Fall durchkommen müssen. Ich rechne damit, dass wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen die Resistance hier oben erreichen und da vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen korrigieren und dann die Resistance nach oben hindurch brechen und dann weiter nach oben gehen. Da wäre hier wieder mein Einstieg hier oben drin. Auf jeden Fall, falls wir die gelbe Linie nach oben hindurch brechen sollten. Ansonsten würde ich jetzt hier in einen Trade einsteigen. Ich persönlich, ich kann euch natürlich keine Garantie dafür geben, aber ich persönlich werde jetzt hier einen neuen Trade eröffnen. Und zwar kann ich euch das auch ganz genau zeigen mit dem Long Position Tool. Und zwar würde ich den Trade bis circa knapp vor der gelben Linie, würde ich ihn schließen und würde mein Stop-Loss hier unter diese WIG setzen und unter die 20er EMA. Ganz wichtig, ich würde niemals einen Coin oberhalb der 20er EMA verkaufen. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, haben wir circa ein Chancenrisikoverhältnis von 5 zu 0. Und das ist auf jeden Fall extrem krass. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, den Trade mitzunehmen. Falls wir nach oben gehen, machen wir 67%. Falls wir nach unten gehen, verlieren wir 13%. Das ist auf jeden Fall ein guter Trade, den wir da nehmen können. Betorrent sollte man am besten ohne Hebel traden, weil es halt, wie gesagt, sehr, sehr riskant ist. Der Kurs ist sehr volatil. Und aufgrund des Retests der EMA rechne ich damit, dass wir jetzt erstmal in den nächsten Tagen steigende Kurse sehen werden. Und das ist jetzt so erstmal meine Prognose. Wie gesagt, falls jetzt hier unter die EMA krachen, das ist jetzt das bearish-Szenario, würde ich auf jeden Fall verkaufen, weil ich dann mit einem Retest der 50er EMA rechnen würde. Und das wäre dann schon eher bearish. Natürlich würden wir wahrscheinlich dann auch erstmal von der 50er EMA bouncen. Aber da würden wir nochmal einen krassen Kursabfall sehen. Ich kann euch auch genau sagen, um wie viel. Falls jetzt von hier aus zur 50er gehen, würden wir nochmal minus 38% machen. Was natürlich dann sehr, sehr viel wäre. Und deshalb würde ich auch unterhalb dieser WIG hier verkaufen. Und wir haben jetzt, wie gesagt, hier ein Falling Wedge gebildet, was ein bullisches Pattern ist, ein bullisches Continuation Pattern, was nach oben hin ausbricht. Was hier auch ausschlaggebend dafür ist, dass wir hier nach oben ausbrechen können, ist, dass wir von unten in das Pattern reinkommen und das dann ein bullisches Continuation Pattern sein könnte. Und so ist es jetzt, wie ich das traden würde. Falls ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar mit dem Coin, den ich als nächstes analysieren soll. Und wer meine Trades 1 zu 1 kopieren möchte, geht mal gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr meinen Patreon abonnieren. Und das war es jetzt erstmal von diesem Video und bis dann und ciao.